Ich schaue jetzt, wie wir in das Bett hinten machen. Alter. Das sind die Ninjas. Ninja. Ninja? Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Bad Wars. Auf der Karte Winter. Im grünen Team. Wie seht ihr euch was? Also wir spielen gegen drei, ah vier rote und drei blaue. Und wir sind auch noch zu drehen. Also wir sind nicht in der Ruhrzau. Das ist schon mal. Jetzt kann man sagen, oh wir spielen doch mal Lala. Alter, das ist auch geil. Deshalb geht es uns schon wirklich in die Balls eigenstraften. Das ist kein Sonder. Kuki Gang 3. Das ist schwer dafür. Ihr braucht uns gut. Ihr müsst es nicht nehmen. Was denn Kuki? Passt doch nichts. Passt alles. Das ist der Beicht. Uhhh der Kuh geht schon vorbaut Im Grunde spielt im Orangenteam so weiter die Zikaner Das heißt, wenn wir in der Mitten nicht viel ausmachen könnten wir einfach uns umbauen Stimmt Oder wir bauen uns gar nicht umbauen Nein, gehen wir mit der Mitte schnell aus Ich weiß, das geht so gut aus Was ist denn da? Was ist denn da? Ist der Schnau geschlagen? Ich habe mich hingemacht Er ist nämlich ein wenig Eis hinter mir hingemacht Und der Fehler hat es nicht mehr zu schenken Passt Rote Schnau unterwegs Hm, die waren fast gleich schnell wie Aber ich glaube so Orange umbauen wäre bestimmt kein Fehler Aber gut, gell Es kostet viel Zeit gell Ja, es kostet viel Zeit und viel Brands Also, das haben wir auch irgendwie dazu ganz Ich habe auch Brand, äh, war gut Gott, eingestracht Die bauen mir einfach zurück und ich habe auch schon Geil, das braucht genau aus Ah, ich habe alles auf dir, pass auf Was? Was? Ich habe noches auf den Kopf Was? Was? Also nein, das ist Philipp Rein kannst du die Rauten? Oh, da Das war anstrengend Das war anstrengend Was habe ich gesagt? Da war einer im Weg Der hat irgendwie gestört Alles eingehoben Ich rufe nämlich nach oben hoch Ich muss mich wegpacken Ich rufe nach oben hoch Ich rufe nach oben hoch Scheiße Es geht nicht ganz so gut wie das wohl Scheiße Jetzt weiß ich was gegangen Ich will mich immer hinter mir zu bauen Wer sindjemess Ich rufe nach oben 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 Das sind so was Es sind auch normale Blöcke Aber trotzdem Das ist schon ein guter Schutz Du bist so schnell draufgegangen, Philipp Oh, du Ich rufe nach oben Das war das Da, die bleibt ja da auch nicht Würst du im Moment So, so Ah, was du hast du das gemacht? Immer so und sogar als Scherz schönes die natürlich noch mal die Rüste nachgeln um ab und das haben für die Pauze ist der Brunserweg geht schneller geht schneller da brauche ich gar keinen Ball Ich bin gerade bei Rot und baue mich durch eine. Ich glaube ich schossen wollte meine Spitzhacke vergessen. Ich baue gerade mit einem Blöcke ab. Geil, ich komme nicht zu Rot, Cookie. Ips. Da ist einer mit der Angel. Kannst du batting, wenn ich es hin mache. Da ist einer mit der Angel und macht ihm null damage. Lieber einen Block oben halb weg bauen, damit ich reinkomme. Cookie, du bist hinter mich, oder? Ich bin da drinnen. Ich muss mich wieder... Ach du Spitzhacke, ich baue auf bitte. Achso, deshalb, der baut sich einen zu dir. Ja, bitte baut sich. Da ist er bei uns. Mach weg bitte, Alex. Da ist er bei uns. Cookie, willst du wieder raus? Ja, ich baue nicht. Achso. Raue da, jetzt mach Platz einmal. Da baut sich einer. Hey, ist unser Baue schön, will ich? Na. Der ist unfähig. Ich hab schon... Mach auf einmal, Alex. Was? Das ist schlagen. Eiks muss ich setzen. Fuck. Leute, ich soll hilfst mir keiner. Ich verreckt euch. Eiks hab nicht mehr halbes Leben. Nein, ich sollt mich verrecken lassen. Ich sollt mich verrecken, Leute. Bummer zu euch einmal. Ich muss immer ein bisschen recken. Gucke, wie kommen wir da auf. Bummer links raus. Da ist so... Dings geht was? Wir bauen uns aber seit einem Paid um, und das ist ja nicht mehr normal. Eiks da, jetzt links komm schon nach, Ax. Dann hinten um mich. Boah, die kennt doch aus, okay? Na, gufe, Ax. Wir sind gleich nicht mehr da. Nicht? Cool, dann hol ich mich aufs Studio als Meissen, guck ich. Also du hast nichts klar gehört, weil du es gehabt hast. Pass auf, gib ich nicht mehr. Ich hab ja gesagt, du musst rechnen. Saugeil, Alter. Wir haben gerade seine Base eingenommen. Nur das Problem mit. Bist du gestorben? Ja. Ah, ich film kein Bett mehr, das ist das Problem. Das ist das Problem, ja. Die haben nämlich auch gehabt, ne, das ist das Geile. Ja, weil es lebt in ein anderes Team, oder? Ich glaube, ja. Ei, ei, ei. Ich müsste es gescheit machen. Ich brauche eigentlich noch ein bisschen Brownie. Upsi. Wann sie brauchst du auch kriegst du? Na, ja. Eigentlich wenn ich noch... Ihr kennt mir eine beste Lust zu craften, wenn ich am dritten Super hätte. Nein, ich mach mir grad die 7er. Spar auch du auf die 7er gleich. Okidoki. Weil wir haben ja kein Leben mehr, das ist immer so. Guck. Ah, ich sag, das bessere Schwert brauchen wir auch noch. Wir brauchen alles vom Feinsten. Ich hab schon das 3er Schwert. Guck. Ich hab mir das schon gemacht, Gucki. Mein voriges Schwert, das hab ich schon da oben barrikadiert. Wie viel Auge soll ich es ihm? Die sind aber rot, oder? Ok. Der Philipp saeft nicht unser Bett. Gell. Er hatte nur einen Job. Guck, ich glaub... Baust du die Gurten-Spitzhacke, oder? Schon, oder? Ja, Spitzhacke. Darf ich nicht vergessen. Ja, siehe. Super. Eigentlich... Eis. Hm? Wie gesagt, wir bauen uns einfach oben drüber, weil das ist am unerfälligsten. Also wir bauen uns einfach grad in die Höhe. Eine gute Idee eigentlich, ja. Warum leg ich bei den ganzen Zäunen immer? Warum kann man die mit Restgeweck wegbauen? Das versteh ich nicht gar nicht. Das ist so. Ok, brauchen wir noch eine Angeln, oder nicht? Ah, die nehmen wir mal auf. Ja, nimm auch eine Angeln mit für dich. Ich brauch keinen. Ja, hast du noch Silber, oder nicht? Nein, gar nichts mehr. Ich hab ihn noch gebraucht. Ok, ja, ich brauch da noch... Uh, jetzt. Jetzt geht's jetzt aus. Ey, ich war noch eine Angeln, dann hab ich eigentlich die Pullen und du bis jetzt. Müssen wir mal schauen. Ich saufen, guck ich. Wo hast du dich aufgebaut? Krotauf. Krotauf? Krotauf? Ich glaube, ich bin weg angedrumpen. Ich baue mich auch mit auf, oder? Ja, am besten tuchst du die, wenn du da oben gehst, oder? Ja, du siehst es in den Arm, Mann. Oh Scheiße, der hat uns, glaube ich, gesehen. Oh, Cookie, wo muss man hin? Mitte, schnell. Mitte? Nein. Mitte oben, Mann. Achso, ja. Ich komme schon. Hey, Cookie. Achso, jetzt bin ich, oder? Gerade am durch habe ich geschossen und gekillt. Geil, wie? Wenn ich mich von oben weggeguckt bin und den Arm geschlagen habe. Der wollte sich nämlich gerade aufbauen. Sie wissen, dass wir da oben sind. Eisgeblas. Wo bist du? Da, Mitte, vorn. Siehst du genau. Ist er da? Geil. Tuchst du dich? Geil. Ja, lass mich nicht. Schau mal mal. Wo bist du? Wie sind denn du, wie normal ist, ey? Es ist heute auch schon gegen den Gauss. Ich hab's jetzt gesehen. Ich schaue jetzt, wie gehen die Spelzen hinten hinmachen, oder? Alter. Ist das an die Ninjas? Ninja. Ninja? Ja. Pssst, guck, pssst. Pssst, pssst. Pssst, pssst. Warte, ist gut. Nur... Ich bitte, guck, ich werde mir da oben verfallen lassen. Da. Oder? Ja, da oben. Von hinten, oder? Auf, ich bahn wieder, Alex. Komm schon! Auf, ich bahn wieder, Alex. Auf, ich bahn wieder. Ja, sicher, damit ich da nicht... Alex, pass ich genau da, wo ich aufwähle. Hehehe. Jetzt rückt uns aus. Jaaaa! Guck, ich wohin. In die Mitte, wir brauchen einen Gurt für den Bogen. Ninja Time ist verändert. Hey Alex, ich hab nur mehr 5 Blöcke. Hey, da hat er einen Bogen, da hat er einen Bogen, pass auf! Der steht da unten in der Binden. Ach scheiße, ich hab nicht gekriegt, ich hab nicht geschaut. Was? Bis hin? Ja. Fuck. Was mach ich? Es lebe noch 2 Leute! Ich bin oben, ich glaub, ich bleib oben, ich glaub, oben bin ich sicher. Ich bin immer noch nicht sicher. Ja, am besten schaust, da sind die Mitten, gellst. Ich lebe nur 3 Leute, achs. Na, einer. Ja, 2 Leute. Also 2 Leute nehmt ihr. So. Wo? Wo bist du grad? Ja, oben in der Mitte. Das ist da, das Ding. Jetzt soll, es ist schon auf die Achtung. Uh! Ich hab nur geschießen, die Pfeile vorbei. Ich siehste. Ich siehste, ey. Oder san. Ah, pack auf. Das kam, ne? Ah, fuck. Fuck. Alter, der. Was? Wie? Was? Ich bin da... Wie kann der mich treffen? Ah, scheiße. Ich hab mir das ausgescheuert, dass du vorgelegt worden hast. Bei dem Bauern warst du voll hinten nach. Ja, anscheinend hab ich gelegt, ja. Danke fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ein Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.